eikstron hat auch zahlen gemeldet ja auch die sind irgendwie nicht anders als schwach zu bewerten wir haben jetzt hier zahlen zum ersten halbjahr da sind liegen wir im moment bei umsatzerlösen von 250 millionen euro das ist ungefähr vorjahresniveau das problem was ich allerdings damit habe ist dass obwohl die umsätze auf vorjahresniveau liegen die gewinne deutlich niedriger ausfallen das ebit ist um 54 prozent zusammengeschrumpft von 48 millionen auf 22 8 millionen das ist alles andere als gut ja der nettogewinn für vom ersten halbjahr halbiert von 44 auf 22 millionen auftragseingang ist stabil der liegt weiter bei ungefähr 300 millionen das ist okay wenn wir uns anschauen dass wir umsätze in der größenordnung um 250 millionen erzielt haben und dafür auftragseingänge von knapp 300 millionen gesehen das ist okay aber der free cash flow der war auch wieder negativ minus 56 millionen free cash flow über das erste halbe jahr hat natürlich damit zu tun dass man hier auch im großen stil investiert also hier sind die produktionsstätten in italien kräftig ausgebaut worden und die wenn die investments dann eben höher sind als der der cash flow aus dem betrieb dann kommt man auf einen negativen free cash flow und das ist aber etwas was investoren im moment nicht besonders mögen wenn wir uns jetzt den ausblick anschauen für das dritte quartal dann kommen wir hier auf einen umsatz von 150 bis 180 millionen der erwartet wird das ist für ixtron wie ich finde für ein quartal eine recht breite range die man hier angibt und entsprechend unsicher scheint hier der weitere verlauf zu sein denn sonst wäre man in der lage gewesen diese spanne ein bisschen geringer zu gestalten wenn wir uns anschauen dass wir hier jetzt eine spanne von 30 millionen vom hoch zum tief in den quartals ausblick haben und auf jahresbasis haben wir auch nur eine spanne von 40 millionen ja dann sieht man wie hoch die unsicherheit hier eigentlich fürs nächste quartal ist und da sehe ich im moment für ixtron auch so ein bisschen die probleme denn wenn wir mal schauen umsatz jetzt im ersten halbjahr 250 millionen das was man jetzt erwartet fürs gesamtjahr liegt in einer range zwischen 620 und 660 millionen den ausblick den hat man schon deutlich reduziert ja weil im letzten ausblick hatte man noch zwischen 630 und 720 millionen auf der uhr jetzt sind es nur noch 620 bis 660 und selbst das halte ich für schwierig erreichbar ja 250 millionen im ersten halbjahr und jetzt müssten wir zwischen 370 und 410 millionen im zweiten halbjahr generieren damit diese umsatz ziele erreicht werden zwischen 370 und 410 millionen jetzt haben wir fürs dritte quartal auf der oberen am oberen ende der spanne auch gerade mal 180 millionen vorgegeben das heißt selbst wenn wir die erreichen dann müsste das vierte quartal absoluten turbo einlegen damit die jahresziele erreicht werden können ich glaube nicht dass das in der aktuellen wirtschaftlichen phase machbar ist und von daher gehe ich davon aus dass wir bei ixtron eventuell sogar noch anpassungen nach unten sehen werden in den nächsten quartalen und das dürfte die aktie weiter mehr oder weniger am boden halten wenn wir uns die letzten drei jahre anschauen dann habe ich hier so ein kursziel von 15 euro ungefähr für die ixtron aktie jetzt auf der unterseite das sieht vom geschäft her nicht besonders stabil aus was da im moment läuft und das was auf der umsatz seite schwer erreichbar ist das scheint auf der ebit margen seite noch schwerer zu erreichen zu sein denn wenn wir uns anschauen umsatz im ersten halbjahr 250 millionen ebit 22,8 millionen das sind nicht mal zehn prozent ebit marge die man hier erreicht hat und jetzt will man fürs gesamt jahr tatsächlich immer noch 22 bis 25 prozent ebit marge erreichen hat man auch runter gesetzt von 24 bis 26 aber ich halte das für ausgeschlossen eigentlich wenn ich mich hier mal ein bisschen weiter aus dem fenster lehne für ausgeschlossen dass das erreicht werden kann also da müssen wir auf jeden fall weiter vorsichtig sein bei ixtron das ist für mich hier jetzt kein kauf so so Untertitelung des ZDF, 2020